Wollen Sie drüber reden? Gibt nichts zu bereden. Gesegnet ist derjenige, der trotz aller Prüfung standhaft bleibt. Dann fangen wir mit dem Haus an. Wie geht denn alles voran? Es ist nicht leicht. Cooper! Was soll das heißen? Naja, nur, dass bestimmte Orte Persönlichkeit haben und manchmal ist die verdorben. Hey, was macht die kleine Unruhestifterin? Sag mal Hallo zu Papa. Man braucht eine sehr starke Hand, um das zurechtzubiegen. Dieses Haus bringt schon sehr lange nur das Schlechte in Menschen hervor. Ist schon ziemlich gruselig. Kannst du mir versprechen, dass du Liz nichts von gestern Nacht sagst? Du darfst ja nicht bleiben. Moment, was war das? Was? Hi, mein Schöner. Ich hasse, was du mit diesem Haus gemacht hast. Ich mach mir Sorgen. Stopp! Wirklich? Willst du mir helfen? Nicht mit mir! King Don ist stolzer Besitzer von Orsmys ehemaligem Freudenhaus. Ab einem bestimmten Alter hat eine Frau einfach keine Lust mehr auf Spielchen. Ich will dich hier bei mir zu Hause nie wieder aufkreuzen sehen. Ist das klar? Schätze, bei Häusern ist es ähnlich. Wollen Sie meinen Rat? Halten Sie Ihren Mann und Ihr Baby fern von diesem Haus. Untertitelung des ZDF.